Und jetzt ein Schuss. Super Einsatz vom Torhüter. Eckball. Da kommt der Kopfball. Trifft er. Ja. Drin. Tor. Keine gute Spielzeit für diese Mannschaft, aber wenigstens den Abstieg, den scheint man sich ersparen zu können. Die Führung nochmal ausgebaut und die Erleichterung, die ist hier deutlich spürbar. Das Ding müssen sie jetzt nur noch nach Hause bringen. Das Tor sehen wir jetzt nochmal in der Verlangsamung. Sehr gut den Kopf an den Ball nach dieser Ecke gebracht. Keine Abwehrmöglichkeit.